Super! Ihr sollt Dester angreifen, verdammte Scheiße! Nochmal! Ist ja nicht wahr! Echt, nee! Hopp, macht das Ding! Macht den Lancer platt! Und wo ist der Rest meiner Einheit? Oh, die Eier! Da oben noch rum! Da oben! Was soll ich denn da oben mit euch? So, wo ist jetzt die Scheiß Artillerie? Ah, da sind die Hauptwitzen! Komm, macht platt die Dinger! Na, also macht platt, was platt machbar ist! Mach kaputt, was soll ich kaputt machen? Oh, und den Lancer! Geile Scheiße! Egal, Artillerie muss sterben! Und alles jetzt sowieso vernicht... oder vernichtet eben Dester! Vernichtet bloß den Dester! Wer weiß, was passiert, wenn man das vernichtet? Wo ist denn nicht der Rest da? Speichern! Läuft grad gut, speichern mal! Komm, komm, komm! Vernichtere das Labor! Da ist bestimmt ein Artefakt drin! Komm, gib mir das Artefakt! Hallo, ihr solltet das Labor kaputt schießen! Schon mitbekommen auch! Schon mitbekommen, dass da ganz viele Feinde sind, die hier kaputt schießen! So, jetzt bergt noch schnell das Artefakt, dann bin ich glücklich! Ich will das Artefakt noch haben! Ach, dann eben nicht! Da, mach das Ding platt! Und das Ding mach da noch platt! Mir egal, jetzt! Da gibt's eben kein Artefakt! Und Moment! 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 Ich hatte ja noch einen... Oh, fortgeschwindene Analyse der synaptischen Verbindungen! Erhöht das mal eine Forschungsrate, irgendwie! Oh, ich mach! Wo schießt denn ihr hin? Ihr sollt doch da hinschießen! Hallo! Wollt ihr mich verarschen? Ja! Wieso frage ich das immer wieder? Ich weiß noch die Antwort längst! Oh, jetzt schießt das Ding halt platt! Oh ja, weil das Sensor-Turm ja auch jetzt wichtiger ist, als die Kanonen, die auf euch schießen! Genau! Habt schon recht! Ich würd's halt anders machen! Muss ich das Ding eigentlich zerstören oder erobern? Gehen wir hier mal schnell ins Ziel! Hm, einnehmen! Waffenforschung abgeschlossen! Hoch-Ax... Hoch-Axplosive, ja! Hoch-Axplosiv! Das ist voll hoch-Axplosiv-Wurst! Die machen so explosive Explo... Nimm auf! Nimm! Boah! Nimm halt das Artefakt auf! Ist doch nicht so schwer jetzt! Das kann ich noch erforschen! Automatisierte VDOL-Bewaffnung! Bringt das was? Ich hoffe jetzt! So, Lancer! Mach Lancer kaputt! Schießt so in Stücke, so war's! Da unten, da unten ist eh nichts mehr! Das ist zweiter Eingang! Ja, geil! Ich kann jetzt zweite Front eröffnen! Wenn ich genug Einheiten hätte! Ah, komm! Ich muss mehr Punk basteln! Oh, ne! Aber echt, Mann! Aber noch mehr Aufhängungen! Oder... Oh! Fantastisch! Genau, was ich suche! Noch mehr zum... Und wo keinst du dich wieder? Nein! Wo? Natürlich da unten! Nur denn auch sonst! Ach, es ist einfach... Einfach! Einfach nur... Ach, ich kann's gar nicht beschreiben, wie sehr ich es hast! Nein! Jetzt ist Mission vorbei, richtig? Nein! Die Stärkungen sind eingetroffen! Äh... Nicht vorbei! Oh mein Gott! Was ist denn jetzt los? Ich hab gar keine Einheiten verloren, wie ich gedacht hab! Oh, ich Idiot! Hab die voll nah die gegnerische Basis gestellt, ne? Oh, wie geil! Ja, jetzt wisst ihr, was passiert, wenn ihr mich böse macht? Ich stelle euch einfach in die Mitte der feindlichen Basen! Okay, dann baue ich mal noch... Zwei Lancer sicher jetzt halt, oder? Ja, schießt! Ach, ja, ich hab jetzt vorher... Och, ich wusste, dass ich jetzt verpasst! Feuer erwidern! So! Ein nach dem anderen wird jetzt platt gemacht! Komm, vernichte das Ding! Vernichte das! Grundlagenforschung abgeschlossen! Oh, schießt halt noch langsamer! Was kann ich noch forschen? Fortgeschnitte Analyse, das ist... Synaptischen Verbindungen auch... Geil! Grundlagenforschung abgeschlossen! Äh... Oh, noch... Nochmal? Nochmal! Gut, ich hab noch mehr Einheiten bekommen! Kuppe 3, meldet! Äh, warum hab ich die runtergestellt? Hielst du das für ne gute Idee? Ich glaube schon! Oh... Jetzt muss ich sie erst mal wieder rausbekommen! Ah... Oh, es hat gar nicht lange gedauert! Wundert mich! Das verwundert mich! Wo ist mein nicht so guter Commander? Ach ja, den hab ich ja auch mitgeschickt! Richtig! 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 So! Brauchen wir noch mehr Einheiten da runter schicken? Ich glaub' nicht! Oder? Nein! Wir wollen's mal nicht übertreiben! Und wir haben neue Videos! Computerforschung abgeschlossen! Erhöhe die Forschungsgeschwindigkeit! Oah! Geil! Gebäudeforschung abgeschlossen! Äh, verringert Zeit für Bewaffnung! Okay! Nehm' ich! Bin ich nicht so gierig! Die nehm' ich einfach mal! Und ich hab' nicht automatisch verloren? Äh, verloren, ja! Ich meine, gewonnen! Was... Was ist der Restziel? Muss ich jetzt so die Basis ausradieren? Zuschauen, wie sich meine Einheiten wieder da unten in dem Loch verfangen? Weil sie so blöd sind, da grad raufzufahren? Oder ne Mischung aus beidem? Atefakt! Komm, gib mir Atefakt! Oh! Haha! Ich liebe euch! Ich liebe euch für das Atefakt! Na! Und ich hab' mir gedacht, ich baue einen Markt und die Basiskonstruktion, aber das was der Finder baut... Ach, ich muss doch die Atefakte alle mitnehmen! Ach so, okay! Ja, gut! Dann... Machen wir mal die Verteilung hier noch platt, ne? Verliere ich dann wieder automatisch, wenn ich alles platt mache? Wahrscheinlich! Was ist das überhaupt für Atefakt? Ziel erfassender Ate... Ziel erfassend? Der Artilleriegeschoss? Wieso soll das gehen, ne? Moment! Soll die Artillerie nicht das Ziel erfassen, statt die Geschosse? Und wir zur Landezone! Ach, halt die Schnauze! Kannst du dir deine Landezone mal sonst wohin schieben? Das hab' ich dir auch schon mal gesagt, ne? Ja, ich würd's verdammt mich ständig zu wiederholen, ne? Deswegen schaut doch keiner meine Videos! Noch einer! Der gibt mir auch Tipps! Das ist Kevin! Danke, Kevin! Kevin, hey! Ich glaube nur Mist! Was ist da unten noch? Ein Kran! Den muss man in die Luft sprengen! Zur Landezone! Das ist ein böser Kran! Böser, böser... Kran! Ist da noch irgendwas? Ein geheimes Atefakt! Forschung abgeschlossen! Oh Gott! Mk3! Mk3! Oh mein Gott! Jetzt kriegt's wieder die Forschung richtig schnell, hä? Nein! Ich warte noch, auf das Spiel ist, dass man sagt, ja, jetzt wird's gut! Und dann ploppt er so Fenster auf und dann steht dann, nö! Das kannst du ja mal total verjessen, wisch? So, weil ich dir jetzt alle platt mache, was passiert dann? Du hast gewonnen! Wahrscheinlich, was wir ja nicht wollen! Und ich kann da echt so wunderbar außen rum fahren, das mir überhaupt nichts bringt! Geil! Total nützlos! Also mach mal alles platt und schauen, was passiert! Ah, das noch! Passiert gar nichts! Rückkehr zur Landezone! Doch! Missionsziel erreicht! Ich hab's geahnt! Missions... Also laden wir das wieder! Dann, wir wollen noch ein bisschen was erforschen! Missions-Timer aktiviert! Ja, aber wir haben auch noch schon mal anfangs weise wenig was platt hier, so da, technisch! Da, das machen wir noch platt! Komm, mach's platt! Das Ding macht mal noch platt! Und das war's dann! Nicht mehr platt machen! Fahrt weg! Fahr da weg! Wage es ja nicht das Ding in die Luft zu sprengen! Wage es! Was? Okay, ich meine das jetzt eigentlich andersrum, aber egal! Rückkehr zur Landezone! Ach, halt's Maul! Ich kann jetzt selber reparieren mehr, ne? Hm, kann ich die jetzt noch reparieren oder ist das dann schon wieder Rückkehr zur Landezone gewesen? Speichern und ausprobieren! Also reparieren! Äh, reparieren! Reparieren! Und vor allem das Ganze mal ein wenig beschleunigen! Was wäre da sonst nix? Haben wir noch... Haben wir noch ein Video? Nein! Kein Video zum Anschauen! So... Da müsst ihr leider etwas länger warten! Hm... Völlig sinnlos da runterzufahren! Außer man hat wieder so Hovercraft oder... Vielleicht Luftabwehr ja dann! So, und die Einheit, wo die Reparatur wieder am dringendsten braucht, wird natürlich wieder überhaupt nicht repariert! Grundlagenforschung abgeschlossen! Oh mein Gott! Zielerfassende Flakgeschosse! Wieso müssen die Geschosse die Flaks... äh, die Ziele erfassen? Sollte das nicht nochmal die Kanone tun und... Oh Gott! Grauenhaft! Grauenhaft! Da wird überhaupt niemand mehr repariert jetzt! Nein! Ach, ihr könnt mich mal... Kreuzweise! Also, ich darf nicht die Einheit zur Reparatur schicken! Gruppe 1, meldet! Gruppe 3, meldet! Hey, Moment, da fällt mir grad was ein! Ich bekomme noch Energie zurück, wenn ich das wieder abreiße, oder? Ja! Verdammt, und ich lasse das immer stehen in der Mission! Bin ich bescheuert! Rückkehr zur Landezone! Brauche ich das nochmal irgendwann? Gott, ich hoffe nicht! Ja, ich kriege wirklich Energie! Nein! Ach, scheiße! Dann reißen wir doch da alles wieder ab! Verdammt, bin ich bescheuert! Und ich lasse den Dreck immer noch stehen! Und ich lasse den Dreck immer noch stehen! Und ich bin auch zu blöd, alles zur Abreißung markieren zu können! Grundlagenforschung abgeschlossen! Was? Ja, schön! Drückkehr zur Landezone! Okay, flat geschlossen! Bessere! Schnellere! Was auch! Immer! Komm, reiß ab den Scheiß! Da haben sie nicht! Lass das immer stehen! Bin ich bescheuert! Äh! Öh, reißt schon ab? Egal! Oh Mann, bin ich dämlich! Das merke ich auch jetzt erst mal! Rückkehr zur Landezone! Aber ihr sollt weiter abreißen, alles! Kommt weg mit dem Dreck! Warum reißt du das jetzt wieder nicht ab? Weil ich keine Lust hab, Arschloch! Wir haben alle keine Lust, mir hier was zu machen! Ihr seid böse! Ihr greift einfach so kollektiv und so an! Und das New Paradigm! Wir haben euch gar nichts gemacht! Ihr greift einfach so an, ey! Weißt du, deswegen sind wir jetzt böse und so! Und wir machen gar nichts mehr! Forschung abgeschlossen! Oh, Forschung abgeschlossen! Hm... Was erforsche ich jetzt? Zielefassen, Analiengeschlossen! Ja, okay! Was erforsche ich? Ja, mir egal! Ich... Pfff! Bühnerkacke! Selbstgeleider, raketengetriebene Geschosse? Okay! Äh... Okay! Was macht das so an der Kanone? Irgendwie gar nichts! Erhöht wohl nur die Genauigkeit, die nicht angezeigt wird, oder? Nein! Hm... Ist ja auch total unwichtig, Genauigkeit! Wer braucht's denn sowas? Nummer 1! Nummer 1, meldet! Konstruktion abgeschlossen! Rückkehr zur Landeszon! Nummer 1, meldet! Nummer 1, meldet! Regaratur! Reparatur! Reparatur! Nummer 3, meldet! Warum... Warum steht ihr da rum jetzt? Weil ihr Blödsinn, uah. Oh man, dann baut eben da noch so Dinge hin, komm. Lasst euch doch nicht von den Idioten aufhalten, baut das Ding einfach. Du kannst ja da... Ach ja, das mit der Landungszone hatten wir ja schon. Gruppe 3, meldet. Konstruktion abgeschlossen. Gruppe 1, meldet. Warum steht ihr noch da oben rum? Warum? Rückkehr zur Landezone. Hä, Forscher? Können auch was erforschen? Nein, ich glaube. Selbstklare Raketen liegen geschossen. Was? Mit was schießen denn die da? Ich dachte, das wären noch so halbwegs normale Kugeln, aber wenn wir da noch Raketen dran bauen könnten, müssen das schon größere Kaliber sein. Wieso ist der Einzige, der richtig kaputt ist, nicht in der Reparatur? Rückkehr zur Landezone. Bin dir nix. Moment, was war das? Was ist das überhaupt? Und das Schis haben wir vorher zugeweisen. Achso. Möch. Halloween TV